Ja, die Mission ist so dumm, so schlecht programmiert. Voll overpowered, dass die Bots FMJ haben können, ey Mann, das kotzt mich grad an. Naja, typisch DICE. Der Singleplayer in Battlefield Bad Company 2 war schon scheiße. Die haben's nicht so mit Singleplayer, hab ich so in Anscheinung. Also mit Bots, speziell. Jetzt ist er, das gibt's nicht, oder? Der Koffer einfach mal verschwunden. Hört jetzt bitte auf, durch Wände zu schießen. Danke. Mann, Mann, Mann. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Kacke. Jetzt! Ich hab gedrückt, äh. Ja, das bringt mir jetzt nichts mehr. Ja, toll. Äh, ich liebe verpackte Spiele. Das ist so geil. Ah, jetzt starte ich hier. Das ist ja nett. Nett, dass der Speicherpunkt vorher nicht getriggert hat. Aus welchem Grund auch immer. Schöne Bugs. Ich glaub, Naja, ich wollt's sagen, ich muss es so machen, ohne Reaktionszeit. Aber dann klappt's ja auch nicht. Stimmt. Das hab ich vergessen. Dann, dann tut er so, als hätte ich die Taste nie gedrückt. Das ist sehr nett. Och, Mann, ey. Das Spiel geht mir grad auf den Geist. Mit den unzähligen... Unzähligen... Ja, ist klar. Ey, Mann! Wie ich Bugs hasse! Wie sie hier einfach mal Schaden nimmt. Auch schöner Bug. Ja, sie will wieder die Waffe nicht mehr. Ey, komm. Ja, nee, ist klar. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Bug? Ey, Juga, diese scheiß verfickten Glitches gehen mir grad echt auf den Sack. Mann! Die Mission ist mir schon auf der Xbox sowas von auf den Sack gegangen. Ja, ich bin tot. Natürlich. Natürlich. Wenn ich den Raum betrete, bin ich schon tot. Die Mission ist so dumm programmiert, ey. Ist unglaublich. Wo soll ich überhaupt hin? Daran. Schön. Ja, jetzt geht's, ne? Ist klar. Ich hab die Bugs bezwungen! Alter, ey. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich bringe jeden um, der sich... im Umkreis von 100 Metern befindet. Das heißt, das wären schon mal meine Eltern. Auf jeden Fall. Die Nachbarn. Keine Ahnung. Die Kinder von den Nachbarn. Ich bringe alle um. Ohne Scheiß. Nein! Ich glaub das jetzt nicht. Wer kann mich hier treffen? Ich glaub das jetzt nicht. Ich weigere mich, das zu glauben. Nee. Alter, ey. Also, wenn man Bots overpowered nennen kann, dann diese Bots, ey. Ganz im Ernst mal. So schlecht programmiert. Ich mein, das Spiel macht ja Spaß. Das Runnen. Aber nicht gegen diese verfickten, scheiß overpowereden Bots zu kämpfen. Das macht sowas von überhaupt keinen Spaß. Da hätte sich Dice wirklich mehr Mühe geben können. Schade. Viel Potenzial verbaut. Geh da bitte hoch. Sie will nicht hoch. Ey, weißt du, Faith? Langsam glaub ich, du willst gar nicht mehr kooperieren. Du willst einfach, dass ich das Spiel beende. Habe ich so langsam das Gefühl? Denn das werde ich gleich tun, wenn du weitermachst. Kleine Hure, ey. Mann. Was soll das denn? Jetzt labert der mir auf einmal ins Wort. Ne? Vorher nicht. Vorher, als ich an der gleichen Stelle war, nicht. Achso, da sagt er mir das, weil Faith hier so lange Zeit verplempert. Ja, das wird so sein. Ey, sag mal. Faith, hast du eigentlich geistige, gestörte Probleme, Junge? Oder Mädchen? Ey, dein Vater hat sich echt zu nah herangenommen, ne? Ey. Langsam glaube ich, ey, ich... Die will mich sowas von verarschen hier. Ich meine, ich glaube es gar nicht mehr. Sie will es wirklich. Es ist unglaublich. Wenn ein Spielcharakter verbuggt sein kann, dann dieser hier. Das ist ja wohl sowas von unglaublich. Ja, ja, ne? Spielfluss. Toller Spielfluss. Wir haben ein Spiel geschaffen, in dem man nie aufhört zu laufen. Ey, fickt euch da. Es fickt euch. Alter. Dieses Scheiß-Säcke gehen mir ja gerade auf den Sack. Drake sagt, er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihm von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet und er hat vielleicht einen Mann auf dem Oberdeck gesehen. Welchen Runner? Was für ein Runner, Junge? Ich bringe ihn um. Faith möchte gerade nicht mehr mit mir kooperieren. Ich mute mich mal eben besser. Was für ein Runner, Junge? Ja! 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 So! Es kann weitergehen! Ja! Ja! Kein Ventil. Kein Drehbaus. Ähm. Aha. Ja, das ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist ein Witz, oder? Komm, ey. Alter. Wenn sie das verkackt. Ich bring sie um. Ja. Geht nicht, weil sie möchte gar nichts machen. Kann ich hier ein Ventil drängen? Och, komm, ey. Komme ich jetzt überhaupt wieder nach oben? Ja. Gut. Ach, du heilige. Nein. Lass es. Lass es. Lass es. Slow-Mode jetzt mal aus. Ja. Versuch zwei. Versuch drei. Okay. Versuch drei. Oh mein Gott. Versuch vier. Versuch vier. Versuch vier. Ah! Ah! Shhh! Kürzer um ein gar nichts danke für Euro Kooperation endlich vorbei endlich kann ich wird Frieden leben in Harmonie mit der Welt wie viel Raum war eigentlich was ich nehm schon über drei ne ich nehm nicht über drei Stunden aber über zwei Stunden in der Nähe von Autodeck 6 müsste es einen Weg aufs Oberdeck geben aha da steht Deck 6 aber ich seh da ist Deck 6 wow sie kooperiert oder auch nicht ah es hat mich überrascht das hier ist das Oberdeck nehm ich an cool oh oh bleib in Deckung und arbeite die zu informieren äh äh ah ähm ja ne ich schieße auf das Fass jetzt schieß drauf Junge dann halt nicht Aua ja gut das hier ist der schnellste Weg glaube ich ja genau man hätte auch einfach drum herum gehen können so wie Marco aber ich mach's mir ein bisschen einfacher was ist das was ist das für ein roter Punkt in der Mitte meines Bildschirms ich hab ein Wallhack ich hab ein Wallhack geil ich wollte schon immer mal ein Wallhack haben Tatsache das ist der Laser von dem Kerl nur ich hab ein Wallhack und kann ihn durch ne Wand sehen interessant jetzt bin ich schlauer Uaaaaah das war episch uaaaaah okay so jetzt kommt der Lieblingsteil des Levels von mir jetzt müssen wir ihn schlagen oh ja die gibt uns immer gerne Headbutts das find ich super nett ach stürb doch bring dich um au aua alter scheiß Reflexe hat sie aua muss man auf mir Headbutts zu geben bam beam bam beam aua was macht sie denn da ach du Kacke nein aua ich wollte nach der Waffe greifen komm zurück nicht wenn ich da bin hier lang ich bring dich um dreh dreh am Rad geile Musik setzt ein jetzt bin ich wieder happy jetzt ist wieder alles gut oh Gott muss sie denn alle Türen verriegeln ach komm und schneller 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 ok ah geht auch hoch ich bleibe dran so